Hey Bros, ich bin Jack Daniel, heute geht's mit H1 Challenge King of the Kill mit dem Dominik. Hallo liebe Leute, wie geht es so? Kannst du nur so behindert reden, Alter? Halt dich mal normal, ey. Entschuldigung. Meine Fresse, wie kannst du so abgehakt reden? Bist du behindert im Kopf? Bist du auf den Kopf gefallen? Was ist los mit dir? Das ist ansteckend, tut mir leid. Alter, das ist so schlimm, ey. Wie kann man so reden als Mensch? Nee, keine Ahnung. Schlimm, Alter. Ohne Scheiß. Lass mir mal Eier wachsen, ey. Lass dir Eier wachsen, weiter mal am Mann. Ja, ja, ich lass mir Eier wachsen. Ich lass mir meine Eier wachsen, dann hab ich die ganze Eier. Ja, wachst dir die Eier, gell? Weil die mag, wenn die die Eier im Mund nicht mehr, die macht die, dass die schön glitschig ist, gell? Ja, oh, Entschuldigung. Ich glaub, das Eier wachsen ist wahrscheinlich das Schmerzhafteste, was man einem Mann zufügen kann, oder? Ja, das kannst du sein. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Arsch wachsen ist auch schmerzhaft. Stell ich mir auch schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft wie Eier wachsen. Oh, es geht schon los. Es geht schon los. Da unten drüber liegt das Lager. Äh, äh. Da. Not. WSW. WSW. Nicht zur Tankstelle? Nee, nicht zur Tankstelle. Da, die kleine Lagerhalle. Lagerhalle. Da, die Lagerhalle. Rechts, rechts, oder? WSW, WSW, WSW. Rechts. Warte, ich fahr zum Auto. Scheiß drauf, ich nehm mir das Auto. Okay, nehm das Auto und komm dann zu mir. Ich geh dann in die Lagerhalle. Welche bist du jetzt? Oder es sind sogar zwei Autos. Ich nehm mir das Polizeiauto. Ja, nehm, nehm, nehm. Und dann führt er mich zum anderen Auto. Ja, das andere Auto ist direkt neben der Lagerhalle. Ne, meiner. Ne, ne, neben der anderen Lagerhalle. Okay, warte mal. Ich hab gedacht, Lagerhalle ist immer... Lassen wir stehen. Scheiß drauf, ich komm erst mal zu dir. Lagerhalle ist gut. Bist du das? Ne, pass auf, da ist einer direkt gegenüber. Echt? Ja. Wo? Da sind einer direkt gegenüber. Mindestens. Scheiße, ich hab... Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Zu dir. Pass auf. Direkt gegenüber ist einer. Hab ich reinrennen sehen. Ich hab nur ne... Ne, das ist nur so ne billige. Sag mal, ein riesen Lagerhaus und keine einzige verfickte. Ja, siehste mal. Doch, hier ist ne AK. Gut, gut, gut. Ich schnapp sie mir schnell. Nimm sie dir, nimm sie dir. Nimm sie dir. Willst du die Pistole? Willst du die Pistole? Leg sie hin. Ah, hier ist ein Schroflinde. Wo sind die? Ich seh sie gar nicht. Ich hab sie gar nicht gesehen. Ja, der ist einfach direkt gegenüber reingelaufen. Hier ist ein Rucksack, falls du noch brauchst. Hinter den Zaun. Ja, brauch ich. Ne, nicht hinter den Zaun. Das andere Lagerhaus. Ähm, im Klo. Ich seh nicht. Welche Richtung von hier? Egal, wir steigen ins Auto und gehen. Komm. Okay, komm. Du fährst. Ja, warte. Nein, 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 links, links, links. Arvin. Achtung, da sehe ich noch ein zweiter. Da sehe ich noch ein zweiter. Da muss irgendwo ein anderer sein. Vorsicht, 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 Vorsicht. Alter, ich hab voll in die Knie geschossen, ey. Ich bin auch behindert. Das war gut, das war sehr gut. Ja, aber ich hab nur in die Knie geschossen. Ja, aber das war gut. Aber er ist tot, ist egal. Pass auf, da auch nicht. Pass auf. Der hat eine AR, glaub ich. Oh, Auto kommt. Ja, müsst ihr hier hochkommen, warte. Warte, warte, warte. Oh, das sind zwei, das sind zwei. Da ist noch einer. Töt ihn, 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 töt ihn. Yes, Dominik. Yes. Ich bin aber auch fast tot. Egal. Was für ein Gemetzel direkt am Anfang. Scheiße. Ich glaube, der andere ist irgendwie geflüchtet. Ah. Schade, dass ich gestorben bin. Ja, egal, das war eine coole Aktion. Warte mal, ich muss furzen, vielleicht hört man's. Warte mal. Junge, Junge. Hat man leider nicht gehört. Hat man nicht gehört. Nee, aber dafür stinkts. Alter, das stinkt. Was hab ich denn gegessen? Oh, shit. Aber Dominik, das war eine coole Aktion. Du hättest nur ein bisschen Stöo töten müssen. Aber ich hab zwei erledigt. Immerhin. Der hat nicht so gewohnt. Dominik, komm. Komm Dominik, scheiß drauf. Wir machen die neue Runde. Komm. Jo, jo, mei, jo. Geh einfach raus. Egal. Ist wurscht. Okay. Aber warte, ich muss doch noch irgendwo der andere ist hier nicht. Guck mal. Hä? Aber scheiß drauf. Egal, scheiß drauf. Raus, nächste Runde. Solidarisch. Weil das war grad so eine coole Action. Ich kann das nicht hier beenden. Ja, was auch, was auch, was auch. Drei erledigt haben wir. Richtig cool. Drei, drei Stück. Drei Tote. Richtig cool. Nee, ich geh raus. Schade. Ja, warte. Hätte ich überlebt, hätte ich noch weitermachen können. Wäre cool gewesen, aber ja. Es war knappe Kiste. Ganz knappe Kiste. So, sag mal draußen bist. Aber ey, ich hab drei, 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 drei sind tot. Ist okay. Ah. Einen hast du, zwei hält mich. Ich hab zwei, du hast einen. Dann halt so, was soll's. Ja. Hallo, Dominik. Muss schon dichtig sein. Ist das raus? Jaja, passiert. Lädt noch. Okay. Starte ich gleich mal noch in der Runde, das geht ja nicht so. Geht doch nicht. Das geht nicht. So, kannst du. Okay. So, schauen wir, wie lange es dauert. Aber die Runde hat gut angefangen. Ich mag das. Ah. Ich mag das, wenn man irgendwie so ganz schnell irgendwie so, keine Ahnung, Waffe findet, direkt Action, weißt du. Das ist cool. Also, der Anfang eben war jetzt spannender als die komplette letzte Folge. Das stimmt. Ey. Mach uns nicht nieder. Hallo. Das war auch spannend. War auch spannend. Ja, am Ende, am Ende kurz. Am Ende kurz. Ja, halt doch die Kusch. Die letzten zehn Sekunden. Nein, die Leute sollen doch die letzte Folge gucken. Gucken sie ja. War spannend. Die war geil. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung. Die war gut. Ah. Ja, wenn die Leute da herkommen, weißt du, dass sie das nicht gesehen haben, dann denkst sie... Nee, also guckt euch die letzten... Junge, die letzte Folge. Boah. Die war bombastisch. Junge. Ja. Noch nie so ne geile Folge erlebt. Ja, siehste. Also wirklich. Das glaubt dir jetzt auch wieder keiner, du Mongo. Macht doch nix. Dann gucken sie trotzdem, um sich zu äh... Treibst du. Die gucken dann die ganze Folge nur, um zu wissen, ob die wirklich interessant war oder nicht. Stimmt auch nicht. Aber wenn sie uninteressant war. Sie war interessant. Die Gespräche waren sehr tiefgehend. Ja, stimmt. Die waren sehr intensiv. Und emotional. Also die waren richtig intensiv. Ja. Wir haben über meine Eier gesprochen. Und über Eier. Generell. Penisse. Penisse sind immer gut. Penisse ziehen immer. Ja. Ähm. Penisse und Titten. Ist so. Ja. Ist schön. Ja. Ist wirklich so. So, komm. Nächste Runde, Dominik. Jetzt hau mal rein. Wenn der mal ladet der Scheißdreck. Mal laden? Mal laden. Mal laden. Was. Sieht irgendwie so aus, wie so. Keine Ahnung. So, so Pflegerschuhe. Und dein Mikro ist wieder verfickt. Mann, Dominik Dein Mikro Genau am Anfang von der Runde Dominik, das geht gar nicht Das geht gar nicht Jetzt werden wir uns nicht mal absprechen können, wo wir runterfliegen und so Egal, ich folge dir einfach, Dominik Obwohl du wirst ja gar nicht mehr da Dominik ist einfach in der Luft Okay, Dominik, ich geh in die Serie Oh, Tankstelle, da ist ein Auto Aber da kommt wahrscheinlich auch dahin Ich geh in die Serie, komm, scheiß auf, ich geh in die Serie Weil da unten ist so viel los Wo gehst du hin? In die Serie, in die Serie, Dominik, komm Westen in die Serie, weil da unten bei den Polizisten Autos werden jetzt alle runter Ganz, ganz links Oh, da kommen wir auch nicht runter Ja, ja, aber ich geh ganz links, hier ganz links ist keiner Ja, ich komm auch ganz links Ganz links, hier ist niemand Hinter den Häusern Ja, ganz genau Ich lande Leiter, Leiter ein bisschen davor Leiter? Ein bisschen Leiter davor Macht nix, kein Problem Boah, leck, 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 leck So, uh, ich hab direkt ne AK Leck, 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 leck Wo bist du drinne? Du bist da drinne Ja, komm her, hier ist ne AR Ne, hier sind Sachen Das sind voll viele gute Sachen AR, alles Wenn ich sie uns beide erreicht Hier ist ein großer Rucksack Nice, nimm Ja, ich hab schon Ja, ich hab schon Hast du schon, dann nehm ich Ja, hier Und Bar Aber schon mal gute Sachen Hier ist ne AR, guck Hier ist ne Fucktape Da ist ne Splittergranate Fucktape Noch ne Splittergranate Und Bar, nehm ne AR So, ich nehm mir die AR Hast du ne Splittergranaten? Schön Zwei Stück Das ist schön Da liegt noch nen Helm, hast du nen Helm? Ja Aber so nen halben Ja, ich auch Aber reicht doch Geschoss Was haben wir hinten noch? Revolver Ach, ich nehm ja erstmal noch den Revolver mit Ja, nehm mit Wir checken mal außen, ob da keiner ist Zwei Waffen sollte man eigentlich immer dabei haben Eigentlich schon, ne? Das hier noch Schrettern Zack, zack, zack Oh, 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 oh Wo war das? Schon so ein bisschen Angst jetzt Ich auch, total Geh mal, geh mal auf die Gleise Alter, was war das denn? Ja, aber wir haben noch nicht so viel Egal, egal Nicht erst noch nebenan Du, ah, nebenan ist eh zu Okay, komm, wir gehen auf die Gleise Scheiß drauf Müssen wir halt ein bisschen Ja, ich bin schon Müssen wir halt ein bisschen besser zielen, ne? Ist der vorne laut? Ne Und lass uns aber oben so ein bisschen durchlaufen Durch das Citywatch Und dann Ein Durchlaufer-Hitzer Ja Ein bisschen Richtung Osten Warte mal Alter, ich glaube, da kommt ein Auto Den Fick ran war Ne, doch nicht Ich höre irgendwas Oh, 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 oh Ich glaube, wir sollten hier wieder runter Aber nicht runterspringen Ne, weil wir müssen ja hier in die andere Richtung Also hier nach Osten Oh, ne, wir müssen eh nach Westen Ne, wir müssen ja nach Westen Passt schon Dann lass uns, lass uns hier drauf Ja, wir müssen nach Westen Komm, hier Einfach laufen, okay Passt Hier schön rüberlaufen Das passt schon Gucken ein bisschen rechts Ja Wir folgen den Gleisen, Dominik Ja, geradeaus Hatten wir ja schon mal Vor langer Zeit Einfach geradeaus und dann über die Brüstung springen Genau Und dann selbst mal begehen Ja, ich glaube, das wird tödlich, wenn du hier runterspringst Warte mal Guck mal Nein, 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 nein Das geht Nimm nur ein bisschen weg Cool Also du fährst runter Ja, das wäre halt fatal Wo? Wo? Da wurde geschissen Heute wird zurückgeschissen Aber ordentlich Wie kommen wir jetzt hier runter? Kommen wir überhaupt runter hier? Irgendwie nicht Scheiße Ich glaube, wir kommen hier nur hoch Dann ist es hoch Oh, scheiße Wenn es nicht runtergehen, müssen wir hoch Ja, wir sitzen fest Ja, dann müssen wir halt runterspringen ganz Ne, dann sind wir tot Wenn du jetzt hier runter springst, bist du tot Ja, da schon, aber da unten Das müsste doch gehen Ja, das müsste gehen Da müssen wir auf die Mülltonne Da hinten war eine Mülltonne Spring auf die Mülltonne Ja, komm, lass auf die Mülltonne Wo? Das sind die Mülltonnen-Springer Ja, das ist Stunt Da, guck Hier, oder? Da ist die Mülltonne Ja, hier und jetzt hier ist es schön So, ganz Genau, das habe ich gemeint Langsam, so Ja, nicht ganz getroffen Ihr nehmt eh nicht viel Schaden, ne? Sieben nur Komm, das ist Keine Angst, das nimmt nur ein bisschen Damage Ja, 82 habe ich jetzt bekommen Echt? Du hast ja mehr Damage, als ich bekommen Ich habe nur ein bisschen Obwohl ich auf die Mülltonne gelandet bin Tja, süß, aber du kannst einfach nichts Egal Kannst einfach nichts Nee, das ist einfach Das ist einfach random Weißt du? Nee, du kannst einfach nichts Jeder andere wäre jetzt gestorben Ja Ich höre Teller im Hintergrund Er hat man die im Hintergrund? Ja, mei Friday macht gerade Burger Burger Hier ist eine Stotflinte Geil Hast du? Ich nehme, ich nehme Nimm du die Ich bin Stotflinten, Mensch, weißt Ja, ich auch Aber nimm du die erstmal Ich nehme mir die nächste Wenn wir noch eine finden sollten Jo, wenn wir schon Wenn wir da noch leben Wenn da noch eine Ich Wenn wir noch leben Jo So Passt Auf geht's Schöne mir erstmal zwei, drei Sachen Moment Moment Halt, stopp Ein paar Bandagen Ich habe nicht wirklich viele Hier ist eine Stun-Grenade Halt, Katscha-Grenade Oh ja Verstehst? Man, Dominik hat wieder Mikro aus Mann, ey Steck dir dein Mikro In den Arsch Dominik Hast du gehört? In den Anus Wir müssen nach Westen laufen Sonst sterben wir bald Also bald nicht Aber bald Irgendwann Jetzt nicht sofort Aber so in Zukunft Wenn wir hier stehen bleiben würden Oh scheiße Der wird geschossen Oh shit Jetzt habe ich Angst, Dominik Dominik Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Hier sind Schüsse Hallo 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 Hier wird geschossen, Dominik Ich habe es gehört Irgendwo links von uns Ja, wir müssen weiter So langsam Ja, aber nur langsam Hier links von uns wird geschossen Pass auf Was das komisch ist Jetzt habe ich gar nicht den Skin drauf Von meinem Helm Ja Ich hatte auch mal eine Fail Ne, ich hatte vorhin den Halbhelm Und jetzt habe ich den angezogen Und dann nimmt er das wohl nicht Da hat er keinen Bock drauf Oh, da vorne Da wird geschossen Pass auf Pass auf Irgendwo da vorne Ich nehme meine Granate in die Hand Ich will die überraschen Hm Und dann gehe ich wahrscheinlich selber drauf Ne, lieber nicht, Nate Was sind die denn? Weiß es nicht Kommst du? Ja, ich bin schon da Ich bin schon vorne Ich glaube, da ist safe Ne, sind wir noch nicht Hm Lauf du mal rechts Ich lauf mal hier links Hast du noch Muni? Ne, scheiße Ich glaube, die sind Ja, ein bisschen City-Action Die sind links da irgendwo, ja Ja, die sind irgendwo hier Pass auf Aber hier ist noch alles zu Oh, da hinten ist ein Polizeiauto Komm rüber Da wurde geschossen Ja, die sind ausgestiegen Wo? Die warten direkt vor mir Oh, ich habe sie gesehen Ich habe sie gesehen Ich komme von rechts Bei dir Und ich gehe von rechts Pass auf, die sind da Die sind da vorne Pass auf Ich sehe die nicht Ich sehe sie Ich habe ihn angehittet Ich habe ihn angehittet Hat mich auch gut angehittet Aber ich habe ihn auch gut angehittet Das sind zwei, Alter Zwei Einer weiter rechts Einer weiter links Pass auf Pass auf, Dominik Heilt es lieber hoch zuerst Die kommen eh nicht Heilt es hoch Heilig hoch Fuck, Alter Die sind binden auf der Straße Oh, shit Oh, shit Lauf weg, Dominik Lauf weg Lauf irgendwo anders hin Alter, ich habe ihn erwischt Was für fucking Action Gerade hier abläuft, Alter Scheiße Schnell bandagieren Hinterm Haus, Dominik Ist noch ein Auto, wo ich bin, ne Falls ihr mich hört Ich habe nur noch elf Muni Ich habe nur noch einen Shotgun Fährt er weg Wohin fährt er? Wohin fährt er? Nein Mann Ich habe ihn nicht gut getroffen Scheiße Ah Das war doof Ja, und Dominiks Mikro Funktioniert nicht die ganze Zeit Scheiße Aber ich habe einen mitgenommen Und der hat mich erledigt Mann Ich hätte besser aufpassen müssen Aber er hatte auch eine Eier Und er hätte einen Stohl findet Der erste Schuss Ich habe nur einen Schaden gemacht Oh, Dominik wurde wieder angehittet Aber er war für die Action gerade Mann, Dominik Der Mikro Komm, vielleicht killt er einen Vielleicht killt er einen Komm, wir halten Dominik Still die Daumen Er hört mich, ja Aber ich höre ich ihn nicht Komm, Dominik Du Lusche Mach was Komm, du Pfeife Hinter dir Vor dir Links Vielleicht killt er noch einen Komm Oh, jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Tja Schade, dass man nichts gehört hat Vom Dominik Oh Mann Aber ja Das war eine ordentliche Schüsserei In der Sillide Oh, holy shit Da waren jetzt einige dabei Vorne zwei Hinten nochmal drei Dominik war auch Was beim Dominik noch abging Vielleicht sagt er es uns ja jetzt gleich Wenn man ihn Wieder hören sollte Also es ist auf jeden Fall krass Ja, falls der Dominik jetzt hier kommen sollte Und ich ihn nicht hören Dann sage ich schon mal Tschüss Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit Und ja Ihr solltet jetzt irgendwo Dominik aufploppen, senden In den Broken Place Schrauben vorbeilassen Abo da Oder auch bei mir Ja Wenn ihr mich nur nicht Abonniert haben solltet Könnt ihr jetzt machen Oder ihr seht noch Zwei andere Videos hier eingeblendet Könnt ihr auch nochmal gucken Und ich glaube Dominik Ja, du hört mich nicht so schnell Ja, schreib mir den Kommentar an Da ist er wieder Dominik Hallo Dominik Was war denn los? Ja, Mikrofon war weg Schon wieder Wie immer Was war los in Heinz Zellens, meine ich? Ja, ich wollte eigentlich beide Polizeiautos in Luft jagen Habe es dann aber doch nicht mehr geschafft Aha Hast du auch keine mitgenommen, ne? Äh, ne, leider nicht Ich habe ein Polizeiauto weggejagt Aber das andere stand dann noch Ich bin hinten durchs Diner durch Und da kam einer Der hat mich erwischt Dann bin ich wieder weg Der hat mich nämlich auswärtsgekillt Da habe ich mich geheilt Habe eine Stohlfinte ausgepackt Und ja, einen anderen habe ich nicht getroffen, leider Der hat es nicht dann erledigt Aber war eine coole Action, ne? Ja, auch weil wir ein bisschen verkackt haben Aber war auch gut Ja, passiert Gut, Leute, das war's Bis zum nächsten Mal Auf rein Tschüss Bis zum nächsten Mal Na ja, genau